Nur Hits, ey, in dem Spiel. Oh, oh, oh. Come on. Come on, come on, come on. Hot. What a hot beat. Wow, was ist irgendwo sichtlos? Steh vor großen Lücken und frag ein Vieh da rüberkommen, ja, wie wohl? Ah ja, so offenbar nicht. Der seine Haare schüttelt, sieht sich auch aus, wenn ich aus dem Wasser rauskomme. Ich finde die Map sieht aus, wie so ein dicker, schleimiger Elefant unten rechts, denk ich mir immer nicht, wie so ein, wie der Staubsauger von den Täter-Tubbies, so sieht die Map aus. Das hat er für mich auch jahrelang 5 Euro nur gekostet, weil ich Studentin bin. Mittlerweile leider nicht mehr, muss man ja auch 10 Euro bezahlen. Mal gucken, wie lange er noch braucht. Man hätte auch aufstehen können, das wäre vielleicht schneller gegangen. Das ist eigentlich so eine gruselige Theorie, dass ich gar keine irgendeine, also keine random Herz-Montäne einsammle, sondern einfach quasi die Herzen der Opfer, die unter meinem Schwert gefallen sind. Ich schneide streng genommen ihr Herz raus und packe es bei mir rein. Und Link bestimmt einfach am Ende aus 20 Monsterherzen. Monsterherzen? Das ist ein... Was ist das? Alles gut mit dir? Vielleicht solltest du dir mal eine Maske kaufen. Oha! Oh, ich würde an deine Stelle den Arm wieder runternehmen. Ich kann nicht mehr, was ich von der Ballen möchte. Ich finde, die Mucke ist einfach cool. Allein schon mal dieses Geräusch. Als wenn jemand Scheiben mischt. Das bin ich, wenn ich nachts zum Bad gehe. Ich will schon mal das, dass der Arbeiten auch nicht ist. Mir fällt gerade auf, dass der Melodie von Triforce. Der eigentlich auch wie das Triforce ist. Also wirklich so... Och... Überraschung! Ist extra mit den Pasche runter gekommen, ja? Na? das ja die steuerung ist halt wirklich unten ah warte mal ich sollte doch vielleicht erstmal ausmachen wow ich mag alles was denn das regene ich weiß nicht ob ich so viel gehen muss oder was meinst du am liebsten möchte gar nicht gehen ich möchte hier bleiben ich glaube beim empfangen muss auch geschickt sein wenn man sich einfach verfehlt dann kommt es sofort an und teilt ich nun kreise ich den einfach so wie du willst heilung nein ich will dich eigentlich fangen du willst heilung ich will dich fangen okay ich heile dich sehr nervig erst recht weil mir das halt weil ich natürlich ein bisschen leide spielen weil jeder scheint das spielen zu können ich nicht nein nicht der ich kenne den scheiße nein nein bitte lass mich in ruhe das ich will nicht schlecht schlafen you turned out to be a real man endlich leute ich hab's geschafft ja mal gucken was der jetzt mit dem drauf hat keine ahnung ah ja der hat schmerzgebern ja das hat ja als die auch immer klatschen ja 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 wir ich was Untertitelung des ZDF, 2020